Das Hotel Rocador und Rocador Playa liegt in Cala de O.R. in Mallorca. Die Mehrzahl der Hotelgäste empfiehlt das Hotel weiter. Insgesamt hat das Hotel Rocador und Rocador Playa eine Weiterempfehlungsrate von 53%. 400 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,2 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,4 von 6 Sonnen. Service Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 4,3 von 6 Sonnen vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme Die guten Sport und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,2 von 6 Sonnen wert. Gastronomie Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 4,1 von 6 Sonnen bewertet. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 3,8 von 6 Sonnen. Hotel allgemein In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,7 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.